Grüß euch meine lieben YouTube-Freunde. Jetzt bin ich wieder unterwegs. Es ist 11.55 Uhr. Ungefähr 7 Grad haben wir es. Also warm ist es nicht, aber mir lässt es keine Ruhe. Jetzt habe ich wieder etwas Neues ausprobiert und zwar habe ich meine Rollei Action Cam am Lenkrad montiert. Die vorigen Filme, die ich euch gezeigt habe, war der Brustgurt. Ja, und jetzt fahre ich mit euch hier eine kleine Runde und probieren wir mal das alles aus. Das Wetter soll auch noch passen. Und ich bin unterwegs mit meinen Riedern, wenn du siehst die E-Bike. Geht wie die Sau. Einmal reintreten, 80 kmh. So, jetzt greifen wir da rechts ab. Ich bin jetzt da mit dem Trail-Modus unterwegs. Umgeschaltet auf den nächste Hörendang. So stark. Wie gesagt, jetzt hat es dich da interessiert und keine Ruhe gelassen. dass ich da noch eine kleine Runde drehe. So, natürlich ist hier im Wald frisch. Es soll nicht allzu langes Video werden, weil, wie gesagt, ich will es jetzt bloß testen. mit der Halterung am Lenkrad. Ich habe zwar da ein bisschen rumgemacht, bis das gepasst hat, aber für den E-Bike ist der Lenker ja so dick. Aber zu guter Letzt hat es doch ganz gut geklappt. So, ich brauche ein schönes Stückchen und dann haben wir es schon wieder. Und schon habt ihr wieder eure Ruhe von mir. Diesmal bin ich nicht an der Iser entlang, sondern, wo ich wohne, 4 km weg, bis hierher in den Wald. Das ist schon ein schöner großer Wald. Da fahre ich immer recht gerne rum. Und im Sommer natürlich, wenn es wärmer ist, dann ist es halt umso schöner. Wenn, wenn man sich dann da wohin sitzt und Brotzeit macht und so. Und was bringt. Wie macht ihr das? Das ist kühl. Aber wie gesagt, das soll ja... Das wird ja wieder umschlagen. Ich werde das Schneid bei uns hinwünschen. Ja, das juckt nicht gar ein bisschen raus. Ich muss raus. Rotkämpchen kommt da vorne. Seht ihr das? Da vorne fahre ich dann links. Normalerweise komme ich immer da von rechts her. Da ist die Autobahn. So, und jetzt geht es schön rein in den Wald. Das zeige ich euch noch. Schönes Bänkchen. Wie gesagt, da kann man ja auch super sitzen im Sommer. Aber heute habe ich gar nichts dabei. In jedem Rucksack nichts. Ja, weil ich nur eine Testfahrt mache. Aber ich sehe schon wieder vor lauter Freude, wird es doch wieder länger. Könnt ihr das auch, ja? Irgendwie steht es da nach Kuh. Nichts nach Odo sagen wir da in Bayern. So, jetzt fahren wir da über eine Autobahnbrücke drüber. So, jetzt fahren wir da über eine Autobahnbrücke drüber. Nee, ich bin ja nicht mehr, wir können ihn ja nur. Vielen Dank.